Ich bin der Meinstoff, ihr seid die Reben, Früchte könnt ihr bringen nur durch mich. Wenn ihr in mir bleibt, schenk ich euch Leben, meine treuen Jünger segne ich. Und die Früchte, die wir kündigen, sollen unsere Taten sein. Helfen und teilen, gut sein und grüßen, können wir mit Jesus nur allein. Wer nicht in mir bleibt, kann nichts verbringen, kein guter Tag, kein gutes Wort. So wie die Rebe ohne den Weinstoff, keine Früchte bringt und dann verdorrt. Und ich möchte die wir kündigen, sollen unsere Taten sein. Helfen und teilen, gut sein und grüßen, können wir mit Jesus nur allein. Wenn ihr in mir bleibt, habt ihr das Leben, bittet, worum ihr neuer holt. Dann wird mein Vater euch alles geben, dass ihr seine Rüte freuen sollt. Und die Früchte, die wir kündigen, sollen unsere Taten sein. Helfen und teilen, gut sein und grüßen, können wir mit Jesus nur allein.